Herzlich Willkommen. Heute sind wir in der Manufaktur der Träumen. Nun kommt gut ins Berg. Herzlich Willkommen. Jetzt sind wir im Kindertunnel, nachdem wir im großen Bergweg waren. Das kommt mit. Leute, es ist Zeit zu essen. Jetzt sind wir beim Schnitzen, Angela. Es gibt zwei Arten von dieser Kunst. Einmal drechseln und einmal schnitzen. Das war's jetzt bei dem Schnitzen. Musik Tschüss und viel Spaß in der Manufaktur der Träumen. Musik 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 Musik